Ich bin Jeremy Frese. In-Game heiße ich Doom Frosty und spiele bei dem Team Doom. Ich bin Adam. Mein In-Game-Name ist Action. Mein Nickname ist Duman Mehl. Julian Emmerich. Le Boom. Ich trainiere halbe Stunde im Trainingsraum, hauptsächlich im Training. Sprays und eine halbe Stunde TDM. Doom generell existiert seit einem Jahr. Ich habe durch einen Freund, habe ich dann Zero kennengelernt. Später war ich dann nach dem acht-monatigen Competitive bei Battletus, war ich dann Free Agent. Habe dann bei Zero nachgefragt, wurde dann gemeinsam mit Boom als Shout-out genommen. Es ist nun sechs Monate her und seitdem spielen Boom und ich bei... Wir haben eine Standard-Konstellation von zwei Fraggern und zwei Supportern. Zero ist Frager, Frosty ist Frager. Boom, Unreal und ich nehmen die Supporter-Aufgabe. Wir sind sehr aggressiv, sehr zentro-orientiertes Spielheiser haben wir. Wir versuchen immer die Zone mittig zu halten und sehr viele Kills rauszuziehen. Ja, es macht mir auf jeden Fall Spaß hier zu spielen und wir werden unser Bestes geben und das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Ich wünsche euch viel Glück im Final und hoffe auch, dass ihr bald kommen werdet und zufrieden mit eurer Leistung seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.